Ich kann nichts dafür für. Ich weiß, was er sich für geschickt, aber... Ich habe Marien gegen ihren Bild bis in die Stube verfolgt. Sondern Sie, da haben wir doppelt und dreifach, wenn Sie wollen. Marien, dürfen Sie keine Schuld zumessen. Nein, gar nichts zumessen. Verzeihung, lieber Herr Orten und Vormund. Sie schweigen. Dieser Stille verbindet einen vorhandenen Sturm. Ist es möglich, diese Sinnesänderung? Sie sehen uns. Ach lieber, ganz schön, Herr Orten und Vormund. Auf Wiedersehen.